Sind Sie ein Sadist und quälen gerne Menschen? Schwatzen Sie Ihren Patienten auch mal eine Krone auf. Sind Sie reich. Mein Porsche, mein Motorrad und mein Mercedes. Der Zahnarztbesuch ist nicht der Lieblingstermin unserer Redakteurin. Aber haben Zahnärzte ihren schlechten Ruf wirklich verdient? Sie dürfen dann gerne einmal mit mir mitkommen. Schönen guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Deshalb treffen wir einfach mal einen Dr. Dr. Gerald Heiges. Der 45-Jährige arbeitet seit über 16 Jahren als Zahnmediziner. Und sie darf bei keiner Behandlung fehlen. Die Zahnarzthelferin. Meist weiblich und meist, Achtung Klischee, auffällig attraktiv. Das kann doch kaum Zufall sein, oder? Kommen wir doch gleich zu Vorurteil Nummer 1. Stellen Sie Ihre Zahnarzthelferin nach dem Aussehen ein. Also die Damen, die bei mir arbeiten, sind alle durchweg hübsch, sind attraktiv und schauen sehr gut aus. Haben alle gepflegte Zähne. Das ist uns auch wichtig. Aber auch da stellen die Zahnarzthelferin nach fachlichem Wissen und nach Können ein und nach Berufserfahrung. Es gibt aber Zahnärzte, bei denen das Gerücht kursiert, dass es so ist. Unter uns Zahnarzthelferinnen kennt man sich ja doch. Aber eigentlich, glaube ich, in 70% der Fällen ist das nicht so. Oder in 90% der Fällen ist das nicht so. Diplomatische Antwort. Aber Zähne sind nun mal auch ein Aushängeschild für schönes Aussehen. Nun aber zum eher schlechten Ruf der Zahnärzte. Der besteht seit dem 17. Jahrhundert. Damals wurde der Zahnarzt als geldgieriger Quacksalber und Zahnbrecher empfunden. Sind Sie ein Rassist und quälen gerne Menschen? Nein, also prinzipiell sind wir Zahnärzte nicht Sadisten. Ich auch nicht. Sondern was wir machen, ist Menschen helfen. Menschen, die Schmerzen nehmen. Und wenn ein Patient besonders unfreundlich ist, packen Sie da auch mal gröber zu? Nein, also wir sind grundsätzlich gar nicht zum Patient brutal. Oder grob. Sondern wir versuchen mit jedem Patienten so umzugehen, wie er es zulässt. Und wie er es sich auch wünscht. Nämlich sanft, zart und einfühlsam. Bis zu 20 Patienten behandelt Dr. Heiges täglich. Im Sortiment hat er Zahnfleisch, Wurzel- oder Kariesbehandlungen. Zahnersatz, Implantate und Kronen. Und die Zähne der Patienten sind in allen möglichen Zuständen. Ist der Job auch manchmal eklig? Also am Anfang der Ausbildung, im Studium, da ist es schon ab und zu mal vorgekommen, dass man gesagt hat, oh, das ist aber ein unangenehmer Geruch. Oder wie kann man den Zahn so stark verfaulen lassen, bevor man zum Zahnarzt geht. Nicht, dass ich mich ekel, sondern dass ich mir denke, dass sich der Patient nicht selber vor sich ekelt. Aber da lernt man ganz schnell. Das ist ja ein Beruf, in dem man jeden Tag dazu lernt. 2009 hat Dr. Heiges die Praxis übernommen und modernisiert. Inklusive 3D-Planungssystem für Implantologie und neuer Lasertechniken. Viel Hightech für 32 Zähne. Das muss ja auch alles finanziert werden. Schwatzen Sie Ihren Patienten auch mal unnötig eine Krone auf? Ich kenne persönlich keine Kollegen, die so etwas machen. Und ich kann es mir eigentlich auch kaum vorstellen, dass Zahnärzte so etwas machen. Das macht man zweimal, dreimal. Und die Krankenkassen finden so etwas heraus. Und dann riskiert man seine Zulassung als Zahnarzt. Und ich gehe davon aus, das wird keiner riskieren. Patienten graut es aber nicht nur vor einer möglichen Abzocke, sondern vor allem vor der Behandlung selbst. Zwei Drittel der Deutschen haben Angst vorm Zahnarzt. Zehn Prozent der Bevölkerung sogar eine ausgeprägte Phobie. Was die meisten besonders fürchten, den Bohrer. Das bringt uns zu Frage Nummer 4. Warum genau haben so viele Leute Angst vor Ihnen? Natürlich ist das Bohrgeräusch, wenn so ein Bohrer sich mit 40.000 bis 80.000 Umdrehungen dreht, ein bedrohliches Geräusch. Alle Manipulationen und Schwingungen, die am Kopf durchgeführt werden, werden natürlich durch den Knochen geleitet. Und der Knochen leitet das direkt weiter an das Innenohr, weshalb auch die Geräusche so laut sind und so unangenehm sind. Aber liegt die Angst vorm Zahnarzt wirklich nur an den Werkzeugen? Der Zahnarzt geht natürlich in seinem Beruf ziemlich nah an den Menschen ran, in einem Bereich, wo man selber nicht zuschauen kann. Deswegen ist es vielleicht weniger die Angst, sondern eher das mangelnde Vertrauen, das man zunächst mal zu dem Zahnarzt hat. Und das ist eben unsere Aufgabe, das Vertrauen des Patienten zu gewinnen. Einen Fremden an- bzw. in seinen Kopf zu lassen, ist schon beängstigend. Ein Zahnarzt muss also beruhigen. Ist Arzt, aber ja auch irgendwie Handwerker. Sieht er sich denn mehr als Mediziner oder als Handwerker? Ich würde sagen, das Medizinstudium ist das Studium, in dem man deutlich mehr lernen muss, mehr Wissen sich aneignen muss. Das Zahnmedizinstudium ist das Studium, in dem man deutlich mehr praktisch gefordert wird und akzeptiert werden als vollwertiger Arzt. Freitag, 15 Uhr, Feierabend für heute. Wir begleiten den Zahndoktor zu seinem Auto und sind sehr gespannt. Fährt der Herr Doktor Mittelklassewagen oder Luxuskarosse? Der Sportwagen unseres Zahnarztes bedient zugegebenermaßen das Klischee. Wer den wohl finanziert hat? Reiben Sie sich die Hände bei Privatpatienten. Also prinzipiell ist bei uns jeder Patient willkommen, ob Privatpatient oder Kassenpatient. Wir machen da keinen Unterschied, nicht in der Terminvergabe, nicht in der Behandlung. Sollte man auch nicht machen. Dass Dr. Heiges alle gleich professionell behandelt, bezweifeln wir nicht. Tatsache ist aber, ein Zahnarzt verdient mehr an einen Privatpatienten, da er für dieselbe Leistung mehr abrechnen kann. Außerdem nutzen Privatpatienten öfter Zusatzbehandlungen, weil diese von der privaten Kasse eher übernommen werden. Und der Arzt kann mehr Behandlungen abrechnen, während die gesetzliche Kasse die Kosten nur für eine festgelegte Anzahl an Leistungen und Behandlungen übernimmt. Privatpatienten spülen dadurch doppelt so viel Geld in die Kasse wie gesetzlich Versicherte. Meine Schatzi sind alle da. Mein Porsche, mein Motorrad und mein Mercedes. Läuft offensichtlich. Und auch die Wohnung in München-Schwabing macht Eindruck. Da brennt uns unsere siebte Frage schon unter den Nägeln. Sind Sie reich? Reich ist, finde ich, immer relativ. Das Einkommen als Zahnarzt schwankt doch sehr stark. Es ist einmal von den einzelnen Monaten, von den Jahreszeiten her sehr abhängig. Es ist von den einzelnen Jahren abhängig. Wir sind sehr abhängig von Krisen. Und das Einkommen eines Zahnarztes, würde ich sagen, ist das eines durchschnittlichen Akademikers, der selbstständig ist. Laut offiziellen Zahlen müsste er als selbstständiger Zahnarzt mit eigener Praxis ungefähr 500.000 Euro Umsatz im Jahr machen. Für Geräte, Angestellte und laufende Kosten fallen wiederum gut 300.000 Euro jährlich an. Macht und 200.000 Euro Jahresgehalt. Dr. Heiges kann auf jeden Fall gut von seinem Beruf leben. Für überbezahlt hält er sich aber ganz klar nicht, denn eine 70-Stunden-Woche ist keine Seltenheit. Umso mehr genießt er die Zeit in seinem Penthouse. Er wohnt allein, hat aber seit einigen Monaten eine Freundin. Ja, hallo Schatz. Ja, ich bin jetzt zu Hause von der Arbeit. Zu der Auserwählten haben wir gleich mal eine Frage. Helden Sie nur Frauen mit schönen Zähnen? Das ist ganz oft eine Frage, die mir gestellt wird. Achtest du auf die Zähne, wenn dir das erste Mal jemand begegnet? Schaust du, ob du da vielleicht etwas machen kannst an den Zähnen oder Geld verdienen kannst mit diesen Menschen? Nein, das mache ich überhaupt nicht. Ich achte nicht darauf. Und außerdem, wer den ganzen Tag in seinem Beruf auf Zähne achtet und Zähne anschaut, der möchte das nicht auch in der Freizeit machen. Ums Zähneputzen kommt aber auch ein Zahnarzt nicht herum. 60% der Deutschen putzen zweimal täglich ihre Zähne. Dr. Heiges macht's besser. Er putzt dreimal. Nutzt der Profi denn irgendein besonderes Equipment? Fehlanzeige, Spezialausrüstung braucht er. Elektrische Zahnbürste, Zahnseide. Und Mundwasser. Kennt ein Zahnarzt überhaupt Karies und Zahnschmerzen? Wie sieht's denn mit den eigenen Zähnen aus? Als ich Kind war, hat mein Zahnarzt damals zweimal tatsächlich bohren müssen. Also der Zahnarztberuf allein schützt einen nicht vor Karies. Und ich denke, auch wir müssen wirklich gut pflegen. Okay, wir wissen, wie man gut pflegt. Aber es gibt auch Zahnärzte, die Zähne verlieren, die ein Implantat brauchen. Auch das gibt es. Bei Zahnärzten gilt, gute Zähne, schlechter Rücken. Durch das ständige Sitzen gehören Rückenschmerzen zu den klassischen Berufskrankheiten. Deswegen treibt Dr. Heiges regelmäßig Ausgleichssport. Er will sich fit halten, um möglichst lange in seinem Beruf arbeiten zu können. Und wenn wir schon beim Thema Gesundheit sind, was machen sie, wenn sie selbst mal zum Zahnarzt müssen? Also jeder sollte einmal im Jahr mindestens zur Kontrolle zum Zahnarzt. Auch ich gehe einmal im Jahr und habe ein großes Vertrauen zu meinem Zahnarzt. Ja, ich denke, das ist wichtig. Und Sie reden dem anderen Zahnarzt auch nicht rein? Ja, in dem Moment bin ich 100% Patient und 0% Zahnarzt. Ich bin zwar Zahnarzt, der Patient ist, aber da spielt mein Beruf keine Rolle. Also das können wir jetzt fast nicht glauben. Aber zum nächsten Zahnarzttermin gehen wir bestimmt etwas weniger ängstlich.